Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist wieder Montag. Heute ist der 28. November 2022. Es ist 8.11 Uhr. Der Black Friday-Wahnsinn ist fast überstanden. Freitag eigentlich nur, aber seit einigen Jahren glaube ich immer eine ganze Woche. Und dann gibt es noch Cyber Monday und was weiß ich alles noch. Ja, und was gibt es zu erzählen? Diese Woche sind fünf Tage Arbeit, stehen auf dem Plan. Heute geht es wieder ins Büro. Das Erste, was ich machen werde, nachdem ich kurz bei der Post war, um Sachen zurückzuschicken, ist in unseren Raum 417 zu gehen und da die Heizung anzudrehen, weil letzte Woche hatten wir sage und schreibe 16,1 Grad. Und das war nicht schön. Und vielleicht kriege ich ja, wenn ich die Heizung heute anmache, das schon mal auf 17 oder 18 Grad hochgeheizt, bevor wir da reingehen, dann nachher in unserem Jufix. Ja, ansonsten mal schauen. Ich muss diese Woche Plätzchen anmalen. Ich habe ja am Wochenende gebacken. Vier Kilo Plätzchen, zwei Kilo hellen Teig, zwei Kilo dunklen Teig. Ja, und Stolle muss ich essen. Ich habe eine Stolle von der Mama gekriegt, da habe ich mich sehr gefreut. Und ja, dann gucken wir mal, wie die Woche noch so wird. Geplant ist nicht viel. Donnerstag habe ich einen Augenarzttermin, da will ich dann mal meine Sehstärke und meine Augen an sich immer anschauen lassen von einem Augenarzt. Und das Ziel ist, sich dann eine Lese-Bildschirmbrille zulegen zu lassen. Nicht zulegen zu lassen, zuzulegen, nachdem man weiß, was für eine Sehstärke man braucht. Ja, und ansonsten, gestern habe ich The Last of Us 2 zu Ende gespielt. Ein großartiges Spiel mit einem doch, wie soll ich sagen, ganz annehmbaren Ende. Also annehmbar klingt zu negativ, aber ich hatte echt die Sorge, dass das für alle in Tod und Verderben endet. Aber zum Glück nicht. Ein paar sind noch übrig geblieben, die beiden Hauptcharaktere. Also Ellie und Abby sind noch am Leben. Und ja, nach etwa 50 Stunden habe ich das Spiel durchgespielt. Angesetzt ist es, glaube ich, auf 30 oder so oder vielleicht auch noch Mitte 20. Und ich habe mich sehr gefreut, das zu spielen. Nachdem ich ja dieses Jahr auch das Remake gespielt habe vom ersten Teil. Ja, war sehr, sehr gut. Hat mich emotional ganz schön mitgenommen, hier und da. Ja, und jetzt müssen wir wieder schauen, was wir die nächsten Wochenenden so machen. An den Wochenenden ist ja meistens so Storytime. Da war Horizon, da war A Ghost of Tsushima, da war Days Gone, da war Death Stranding. Und jetzt war es halt Last of Us 1 und Last of Us 2. Und jetzt wird es aktuell etwas ruhiger an den Wochenenden. Mal schauen. Ich habe jetzt ein Wochenende, wo ich noch komplett hier bin. Und dann bin ich ja ein ganzes Wochenende auf Rügen bei der Muddi. Das ist nächstes Wochenende sogar schon. Ja. Und von daher gucken wir mal, ob wir irgendwas Kleines finden. Weil jetzt nochmal ein extra neues Storygame anfangen. Ist, glaube ich, nicht so sinnvoll zwischendrin, wenn ich eh am 14. Dezember mit Witcher 3 anfange. Ich habe ein Display im Schrank stehen. Das habe ich schon zwei Jahre. Das ist schon seit zwei Jahren in Folie gepackt. Und das werde ich dann endlich da aufhängen können. Und dann wird der Koran mir hoffentlich irgendwann mal vergeben und sagen, na gut, ich freue mich, dass du Witcher spielst und nicht immer noch bla 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 oder sowas schreibt. Er hat mir das, glaube ich, ganz schön übel genommen, dass ich das beste Rollenspiel, wo es gibt, so unbeachtet gelassen habe. Aber jetzt muss ich doch mal gucken. Ich habe gestern im Stream gesagt, ich hätte Witcher 3 schon mindestens 50 Stunden gestreamt. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Wir gucken mal. Die Seite lädt noch. Ja. Ansonsten freue ich mich heute auf die Mittagspause. Mal gucken, wo wir hingehen. Ob wir Burger essen oder zum Weilands. Da muss ich heute noch Sport machen. Den habe ich noch nicht getan. Also könnte man mal heute sich wieder irgendwie heute nach der Arbeit dann bewegen, weil jetzt noch anfangen. Nee, da bin ich erst um 10 Uhr im Büro. Das will ich nicht. Das ist zu spät. Was ist denn mit Twitch-Tracker los? Geht die Seite nicht. Will die Seite nicht. Da willst du einmal was schauen. Und dann macht die nichts. So, da. Ist ja lustig. Der Direktlink geht nicht. Aber wenn ich die Seite über Google suche und aufrufe, dann geht es. Setz wird. So, wenn ich meinen Kanal suche, geht wieder nichts. Ah, scheiße. Naja, ich finde das noch raus, wie viele Stunden ich jetzt schon Witcher 3 gespielt habe. Ich weiß nur noch, als ich es gespielt habe, dass es, wie soll ich sagen, vom Leveling her sehr mühselig war. Also es hat sehr lange gedauert, bis man eine neue Stufe gekriegt hat. Und ich war aber auch schon bei einem Baron und konnte mich schon umkleiden. Und dann gab es da so ein komisches, dämonisches, komisches, dämonisches Baby. Oder wie man das nennt. Ja, das war schon cool. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie das dann grafisch aussieht mit RTX. Jetzt gucke ich nochmal kurz bei Steam, ob ich das Spiel überhaupt auf dem PC besitze, weil eigentlich mein Plan ist, auf der Playstation zu spielen. Und dann weiß ich aber jetzt schon, da habe ich den Silenks immer im Ohr. Die Konsolen können gar kein richtiges RTX. Das sieht scheiße aus. Spiel das auf dem PC. Und dann denkst du so, oh nee, oder? Oh nee. Also hier Steam, Library. Mal gucken. The Witcher. Okay, ich habe alles. Ich habe The Witcher 1, 2 und 3. Am 14. Dezember kommt Update. Nun spiele ich es mal am PC mit Controller. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wobei ich ja auch die Last auf die Playstation schmeißen könnte. Brauche ich da noch DLCs? Habe ich die alle? Ja, ich habe alles. Hearts of Stone. Temerian Armour Set. Aha. Was gibt es denn da alles? Okay, ich habe irgendwie... Ah, den Soundtrack habe ich nicht. Die Soundtracks habe ich nicht, aber den Rest habe ich alles. Expansion Pass. Whatever. Passt schon. So, ist Twitch-Tracker jetzt schon soweit? Die Seite ist extrem lahm. Das hat jetzt zwei Minuten gedauert, mein Profil zu laden. That's very long. Na gut, also. Ich mache mich jetzt gleich auf dem Acker. Wir sind schon bei sieben Minuten. Kein Wunder. Voll verquatscht hier schon wieder. Ich mache mich auf den Weg ins Büro. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Einen angenehmen Wochenstart. Einen schönen Montag. Ich muss gucken, dass ich heute vielleicht noch einen Adventskranz irgendwo kaufe. Vielleicht sind die jetzt auch schon preislich ein bisschen gesunken. Letzten Freitag und Samstag wollten sie irgendwie 30, 35 Euro. Und dann dachte ich mir, ne. Ne. Mach ich nicht. Naja. Wir wollen mal gucken, ob sie heute vielleicht ein bisschen günstiger sind anzunehmen. Ist es ja, weil der erste Advent schon rum ist. Und dann muss ich immer ein bisschen weihnachtlich dekorieren. Irgendwie. Na gut. Played Games. The Witcher. Witcher 3. 28 Stunden. Nicht 50. Ich habe gelogen. Naja. Wäre ja nicht das erste Mal. Also, ich wünsche euch was. Bis denne. Tschüss. Bleibt gesund.